viel schöner wäre eine schneeballschlacht ok Na dann auf. Na dann auf in deinem Lauf. 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 Kann doch nicht sein ey. Der wird ja übel verzogen. Na dann auf in deinem Lauf. Na dann auf in deinem Lauf. Und da kommt der Tütsch angelaufen. jetzt habe ich das war ja was ich hätte gehabt sie kriegen außen dass der hüfte raus ja auch immer da sind auch zwei dahinter ja der wird sie hier vorne wo ich gestorben schöne eck an den kartons schätze ich war jetzt egal ich habe gesagt alter was ist hier los gerade ich kann nicht mehr sind noch zu viert ja der weiß ich werde ja deswegen rausgeflogen das ist ein kick das war der king ich kann jetzt gegner wahrgenommen man muss sich auf der treppe hey wir haben was gewonnen vielleicht bist du mit einem level markus bist du schon über 50 47 da ich kann es die schlechten ladebildschirm sagen aber das musst du auswendig wissen so so Oh, oh. Vielen Dank. Jetzt war es bei dir, oder? Ja. Meiner hat die höchste Tröpfung, was ich jetzt hinter mir habe. Ja, gut. Ja. Ja, da kommt es aber an, so viel kamen Sie da an, gerade gelaufen. ich habe schon gekriegt gekriegt die hat mich auch gerade mit dem kind hat auch die ganze kamen alle gerade zu viertel der ecke abgelaufen habe ich habe jetzt schon von der treppe geholt wird die schilder das ist nicht wahr so lebt ihr was wieso ich kriege die jungs erstes für die oder beim jahr zu voll live gehört da kommt sie dahinter gelaufen gibt mir die erste kunden bisschen auf den sack die habe ich ja zwischen drei mal geholt ich habe falsch rechtes tot also sind zwei sie ist jetzt gerade was ja der hat es beide geholt ja ich wollte eigentlich mitnehmen aber er ist schon nicht gestorben bin aber sie ist tot also einen von denen meine güte ich hatte gespawst und dann rücken erschossen das ist das entscheid ja da so geht es mir genau so jetzt habe ich irgendwie mal gewisse sporn schutz doch hast du so dass man einfach die spawns mal so setzt das nicht trägt vom gegenraum jetzt gerade auch schon wieder kamera kann ich sagen ich bin kriege die wurde weglaufen die hatte keine lösung auf mich ja kapital ich habe doch mitgenommen in der letzten kugel ja das ist ja der die rechtlich beide die ganze zeit genau nein wieder bim bam sehr schön danke marcus aber gewonnen aber aber so gerade noch wieder ein peck so zwölf prozent ich habe ja lust Ja. Ja. Oh ja. Oh ja. Wow. Got that. Oh ja. I just want to go. Oh ja. Oh. 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 Oh ja. Schauen wir mal. Oh ja. Oh ja. Kamin so halten sie nicht. Oh ja. In Armin fl principles Einieaks ist be marketed. Komponente Kunden gelang zu ihrer Position und enschnallen sie. W clearly the officers are pureegal. It's up here. Yahamos. ânciaß sind fast zu offensivieren, Kerzen haben sie also. Es hat wunderbar geklappt, Markus. Das war die Drohne hier vor dem Land, die ich habe jetzt genau die Drohne reingesetzt, dass ich meine Granaten reingeworfen habe. Da wollte ich jemanden auf. Was ist hier, wo das Oberlicht ist? Das war die Drohne. Da sitzt er, da wo ich gestorben bin, in der Cocktail-Lounge sitzt er, am Treppenhaus. Am Treppenhaus. Ja. Dann die oder so, ja. Ich habe ein bisschen zu spät gesehen, dass es ein Gegner war, weil ich glaube, dahinter saß noch einer verloren hat. Ich habe nur die Game Attack gesehen. Naja, alles gut. Passt. Jetzt werde ich den mal ein bisschen anders. Ich werde sie wieder auf Kessel kommen. Ich habe dich auch lieb. Ich habe dich auch lieb. wieder ganz oben. Ich habe mich auch lieb. das ist aber normal dass auf dem durch den kessel ding mittlerweile ein logo drauf ist okay aber ich will jetzt nämlich gerade gerade auf dem kreppenhaus zurückgelaufen hier auf hier bei mir ja das war jetzt der plan ob da habe ich ich weiß ja das war keine absicht doch gehört aber jetzt ist alles von euch gewesen mit zwei minuten verloren Hmm. Wir müssen eine Bopse aufspuren. Ok. 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 Macht es einfacher für uns. Wieder hier oben. Tatsächlich. Von 위에 Y Thena-W는데요. Komm mit auf dem journalistsmalen Produkt hinzu! OK. Von distinguishedirmes Baum das Fremoto sch youtuber. Wenn du nicht entschieden hast, Und dann noch mal das Ding wieder aus. Auf geht's! oh man der bitte ich habe das gar nicht gesehen da wo ich gestorben bin hinten über dem treppenhaus ein gegner verbleibend entschärfer wurde erneut gesichert entschärfer ist online und aktiviert einer vom eigenen trug verbleibend das war eigentlich aber der headshot aber das ist zu niedrig egal tot ist tot ja wahrscheinlich schon und nehmen uns auseinander ich bin mal wieder mein lieblingscharakter stehen ja der kleine russer mit der sprengfalle ja den spiel ich glaube ich schon seitdem das spiel raus ist ich habe ihn auch immer gerne gespielt das war wohl mit einem ersten Impuls glaube ich also meine ersten Charaktere die Bomben sichern so tada 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 der herr die gegner haben eine Bombe enthält zum anglisch bereit machen es bleiben noch 10 sekunden 15 sekunden Die Gegner haben meine Bombe demonstriert. 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 Ich weiß nicht, mal gucken. Ja, alles gut. Keine Idee.